willkommen zurück zur erweitern folge sims 4 so nachdem er eben einmal spiel aufgang hat ich konnte speichern gucken ob sie eigentlich sind wo ist die dritte muss jetzt wirklich ich finde sie nur einziehen lassen einzelne baumodus ist da wird sogar hin äh, wie kommt der so raus? Weltkarte. Haus hat verweilt. Lama ist es doch. Lama ist es doch so. Jetzt wird es wieder drin. Jetzt können wir wieder zurück zu meiner Familie. Noch richtig hinsetzen und ich habe nicht vergessen, Timer anzumachen. Machen wir halt ab wie jetzt. Lama ist es, Timer. Lama ist es, Timer. Lama ist es, Timer. Guck, Guck. hier kann ich eingehen das weiß sie können schlafen sie wird sie soll schlafen schlafen mal hier die abfluss wird recht das erklärt hier sogar ist schmutzig das ist schmutzig das ist schmutzig das ist schmutzig Der Zerstörer. Hier ist so kein Abfluss von Dreck. Okay, Dusch ist so. Jetzt müsste ich aber noch... Hier ist so ein Abfluss von Dreck. Hier ist es das. Hier ist es. jetzt schon in der komode rein kann sich so verwenden joe namen kaputt bauen müssen schon boden muster band muster da wird immer mal farbe kommt Und jetzt. Oh Dach muss auf jeden Fall Und So Und 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 einfach nicht hmm Setzen wir mal. Das klingt lieber noch. Das klingt lieber. Das klingt lieber. Sie kann schlafen gehen. Okay, er geht doch. Passt ja. Ah, das muss ich auf Klo. Das muss ich auf Klo. Passt ja. Ja, muss ich auf Klo. Das 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 muss ich auf Klo. Zitzen war noch die sie größer dafür machen wir jetzt mal größer also zu so und 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 Okay. sie kann direkt in die küche dann hätte ich mich jetzt hier die tät gebraucht da kommt das auch lassen die Barzimmer hier selber an Ich habe den Herd gewonnen, aber die Anfänger für den Herd zu verletzten. Ich habe die Anfänger von der Hütung einen gewöhnlichen Anfänger. Ich habe die Anfängerung im Herd zu verletzten. Ich habe die Anfängerung im Herd zu verletzten. hier schon kommt die Farbe okay so dass in dem ging kann aber die gleiche farbe oh geht a beanie schrub konnischuna oh oh Einmal. Küche, Esszimmer. Ah, da hast ich mal. Oh, ja. Hm? Oh, ja. Hm? Hm? Wow. Jetzt haben wir wenigstens... Ah, sie hängt um die Uhr am PC. 4 Uhr morgens. Und sie muss um 4 Stunden zu uns. Oh, das ist ein wenig... Oh! Hm, Antpoll? Ah, uch... Hm! 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 Ich glaube, die ist mich auch langsam zu klein, die Couch. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so gut schaue, dass ich mich nicht mehr so gut schaue, dass ich mich nicht mehr so gut schaue. Er ist am Mekker, weil die Dusche so billig ist. Halt! Blipp! 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 Oh, die Schlauze! Skiba! Tobino! Oh! Embrü! Ah, komm mir an! er ist auf jeden fall mal wieder befördert werden zack sie ist raus du schaffst nicht das war ein bisschen zu eng es hat ganz tun konnte ich lernen düssel was ist jetzt mit ihr los sie ist müde ich dachte sogar kaffee trinken die kassier der lasse 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 Ich habe hier ein bisschen geholfen, aber ich habe hier ein bisschen geholfen. ich dachte mir ihr greller bänden sie macht die hausgaben hoffentlich was ist im schlafen sie haben schlafen danach darf erstmal spiel modifizieren ja hat hungen alles Ja Idiot Du darfst wieder schlafen Tiesel wegräumen Ich habe doch gesagt nicht aufräumen Aufräumen So So Ich will mal einen Klang für heute mal wieder Das hast du noch hier genau nie Gerade nochmal speichern Sicherheitshalber Und dann würde ich sagen Tschö Wenn du wieder heißt Let's play sims 4 Tschö Tschö Bis zum nächsten Mal.